Clasher, seid gegrüßt zum neuen Video, halli hallo und ich möchte eine kurze Ankündigung machen, so wie ihr es schon im Titel gelesen habt, ist das die Ankündigung zu dem Livestream, den Hunted und ich morgen Samstag, den 12. August um 18 Uhr beginnen, wir wollen 4-5 Stunden spielen, mal gucken wie lang uns der Content hier ausreicht, wir werden wohl alles machen was irgendwie geht, wir haben auch, soweit ich von Hunted weiß, gibt es ein, zwei Leute die rollen wollen, wenn ihr Lust habt, dass wir im Livestream vielleicht für euch rollen sollen, können ja sein, dann könnt ihr mich auch gerne unter der Line-ID Meteor77CC anschreiben, ein Meteor77 normal CC auch klein, schreibt er mich an, schickt er mir die Daten, können wir gerne live morgen rollen, das wäre total cool, wir zocken auf Hunted's Account, wir werden auf meinem Account zocken und Leute schaut es euch an und das ist die nächste Ankündigung, die ich machen will, seht ihr es, ich habe von IGG einen Test Account bekommen, es ist IGG Arias und da möchte ich erstmal Chris, vielen vielen Dank sagen, dass du mir die Möglichkeit gibst, diesen Account hier zu spielen und ja, ich will hier immer wieder Gameplay machen und gucken und wir wollen morgen auf dem hier auf jeden Fall auch zocken. Das ist auf jeden Fall schon mal gesagt, ich werde das Ding hier immer ein bisschen nebenbei spielen und machen und tun und will mir natürlich dann Sachen zuschicken lassen, die wir dann antesten können, das soll es natürlich sein. So, unseren Livestream habe ich angekündigt, also wir sind dabei, ich werde zu Hunted fahren, er hat mich eingeladen, okay, sagte ich, okay, na klar komme ich zu dir, wir machen es gemeinsam, wir sitzen also quasi zusammen vor der Kamera, nicht alleine, nicht bei Skype, alles live und machen den Livestream morgen für euch, 18 bis 22 Uhr, vielleicht auch länger und wir werden alles tun, was irgendwie geht. Ja und auch diesen Account werden wir hier zocken und ja, da gucken wir uns dann einfach mal morgen um, was hier so drauf ist. Wenn ihr Ideen habt, wo ihr sagt, man, das wäre eigentlich mal eine Heldentalente Kombination, ja, die müsste man unbedingt mal probieren, ja, boah, was nehme ich hier, ey, komm, wir nehmen mir so eine komische Seelentasche. Mal sehen, ob irgendwas auskommt, ja, und dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, hier unter dieses Video, in die Kommentarbox, schreibt rein, was würdet ihr gerne mal auf dem Testaccount hier sehen, vielleicht irgendeinen fertigen Helden mit irgendeinem krassen Talent oder sonst irgendwas, guck mal, hier gibt es einen Schädelkrieger mit einer Achterselbstzerstörung, okay, ob man das haben muss, weiß ich nicht, ja. Hier gibt es einen Rudolf mit einer Achterselbstzerstörung, keine Ahnung, was hier mal getestet worden ist, ja, Leute, okay, eine Lady Boom mit einem Achterkriegsgott, das macht tatsächlich noch Sinn. Hier gibt es einen Ronin mit einem Achterkriegsgott, ja, ziemlich nice alles, also, ja, wir haben auch einen Kirmisherzog mit einem Neunerskill und einem Berserker, da werden wir mal hochgehen und uns alles mal angucken, was hier ist, aber das soll jetzt nicht Gegenstand des Videos sein, ich will euch nur einladen, morgen Livestream, 18 Uhr geht es los, viele, viele Stunden hintereinander, wir werden schauen, wie wir es irgendwie hinkriegen, das war aber vier, fünf Stunden, wenn wir wohl locker packen, jawohl, wenn ihr rollen wollt, schreibt, was hier, von mir aus, unter dieses Video, aber auch mich bei Laien an, Meteor 77 CC, schickt dann mir die Daten, docken wir uns ein, rollen wir los. So, und natürlich auch hier auf diesem Account wird hier auch gespielt und gezockt und ja, wenn ihr Ideen habt, was ich mal antesten soll mit dem Account hier, ja, wenn ihr sagt, okay, das würde ich gerne mal sehen, den und den Helden mit dem Talent oder sonst irgendwas, dann schreibt es mir bitte hier in die Kommentare rein, da ist es richtig, ich werde dann sehen, dass ich bei IGG was bestellen kann, ich wurde schon, ähm, ähm, äh, drauf hingewiesen, es geht, dauert manchmal einige Tage bis Wochen, bis das ganze Zeug, was man hier bestellt, hier ankommt auf den Account, von daher dauert es immer ein bisschen, bis ich eure Wünsche in Erfüllung bringen kann, aber die Zeit nehmen wir uns natürlich. So, Clasher, das soll's gewesen sein, heute Abend, 19 Uhr, ist noch die Account-Auslosung für den glücklichen Gewinner, für meinen Account, den ich dort zur Verfügung stelle, ja, Leute, das soll's gewesen sein, Clasher, macht's gut, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, tschüss!